Ja, guten Abend, ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Wie ich das letzte Mal schon versucht habe zu erzählen, war so eine Idee, wie ich auf diese Vortragsreihe kam, oder auf den Titel Umbrüche, war sozusagen die Kritik der Urteilskraft. Und auch wenn man historisch nicht so bewandert ist, stellt man sich doch die Frage nach Baumgarten und nach Jung, wie konnte Kant auf einmal auf so etwas kommen. Und das war ja auf jeden Fall, denke ich mir, so etwas wie ein Umbruch hier auf diesem Gebiet. Das ist sozusagen die eine Frage. Und die andere Frage ist natürlich, wie konnte es dazu kommen, dass Kant sozusagen so durchschlagenden Erfolg damit hatte, beziehungsweise wenn wir uns die deutsche Philosophie und die deutsche Ästhetik anschauen, dass er sozusagen der absolute Referenzpunkt war und ist. Das sind sozusagen so zwei Punkte des Umbruchs, einmal wie es zum Umbruch kam und zum anderen, wie der Umbruch dann sich weiter fortsetzte. Zu der ersten Frage, vermute ich, wird Herr Kuhlenkampf heute uns einen Vortrag, also eine Antwort geben. Wie ging es sozusagen von Baumgarten zu Kant? Und ich darf ihn nicht loben, aber trotzdem denke ich mir, er ist nicht die schlechteste Wahl für diese Frage, um diese Frage zu beantworten. Und ich möchte ganz kurz Herrn Kuhlenkampf vorstellen. Er hat in Frankfurt in Heidelberg studiert, hat in Heidelberg 1973 über Kant und Schillers Ästhetik promoviert, war dann Assistent an der Uni Heidelberg, war ab 1984 bis 1996 Professor an der Uni Duisburg, ab 1996 war er Ordinarius an der Universität Erlangen. Und Literatur mache ich auch kurz, Sie können natürlich gerne nachschauen auf seiner Homepage, was er alles geschrieben hat. Ich erwähne nur zwei Bücher, einmal David Hume bei München beim Beck Verlag und zum anderen Kanzlerlogik des Ästhetischen Urteils bei Klostermann in Frankfurt. Und ich denke mir, darüber werden wir mehr hören. Und ich freue mich sehr und bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Ja, Herr Steinbrenner, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die nicht zu arg lobenden Worte. Und jetzt will ich mal schauen, ob ich Ihre Erwartungen erfüllen kann. Ich mache zwei, drei Bemerkungen vorweg. Ich habe einen Handout mitgebracht, auf dessen Rückseite stehen mehr Namen, als in meinem Vortrag vorkommen werden. Das hat damit zu tun, dass ich den Vortrag doch ziemlich deutlich kürzen musste. Die zweite Bemerkung ist, erschrecken Sie nicht vor diesem Papierhaufen. Ich muss das sehr groß ausdrucken, damit ich es gut lesen kann. Und die dritte Bemerkung hat eben genau auch damit zu tun, Ich habe nie gelernt, auf der Basis von schönen Folien an der Wand einfach frei einen Vortrag zu halten. Deswegen müssen Sie jetzt leider ertragen, was ich Ihnen vorlese. Oft kann man lesen, dass Alexander Gottlieb Baumgarten die Ästhetik begründet habe, dass sie aber eigentlich erst durch Kant, wie Herr Steinbrenner schon gesagt hat, philosophische Ästhetik und damit eine Teildisziplin der Philosophie geworden sei. Zwei Fragen stellen sich hier. Ist es wirklich so gewesen, dass Baumgarten die Ästhetik erfunden hat? Und ist es wirklich so gewesen, dass sie durch Kant einen Umbruch oder gar eine Revolution der Denkart erfahren hat, ähnlich der Wende durch die Kant der Theorie der Erkenntnis eine neue Richtung gegeben hat? Das gilt es zu prüfen. Wenn sich dabei zeigen sollte, dass wir unser Bild revidieren müssen, dass wir Baumgarten nicht wirklich die Gründungstat zuschreiben können, für die er gerühmt wird, und dass wir Kant ebenfalls nur mit erheblichen Qualifikationen attestieren können, die Wende zur philosophischen Ästhetik vollzogen zu haben, dann stellt sich die weitere Frage, wie es denn dazu gekommen ist, dass die Ästhetik seit gut 200 Jahren ganz fraglos als Teildisziplin der Philosophie erachtet wird und das Kant als ihr Inaugurator gilt. Erstens also hat Baumgarten die Ästhetik erfunden. So viel steht fest. Im Jahre 1750 hat Baumgarten ein Buch mit dem Titel Ästhetika erscheinen lassen und mit diesem Buch eine Wissenschaft dieses Namens propagiert. Schon vorher hatte der Baumgartenschüler Georg Friedrich Mayer die Ideen seines Lehrers und mit dessen Billigung und auf der Basis von Vorlesungen, die Baumgarten in Halle gehalten hatte, diese Ideen unter die Leute gebracht und zwar in einem Werk mit dem Titel – auch das möchte ich Ihnen zeigen – Anfangsgründe aller schönen Wissenschaften. Und in diesem Werk redet Mayer ganz selbstverständlich von der Ästhetik. Gleichwohl aber gilt Baumgartensbuch – ich lasse die Titelseite nochmal erscheinen – und auf dessen Titelblatt eben das Wort Ästhetika prangt als die Geburtsurkunde der Ästhetik. Wie weit und wie breit die Ästhetika rezipiert worden ist, das ist gar nicht leicht zu beantworten. Denn es handelt sich um ein in schwerfälligem Latein geschriebenes Buch, das nach 613 Paragraphen nur das Ende des ersten Teils erreicht hat. Der zweite Teil erschien 1758 und erreicht mit den Paragraphen 904 auch noch nicht das Ende der neuen Wissenschaft, denn ihm sollte nach der Ästhetika Theoretica noch eine Ästhetika Praktika folgen, die dann allerdings nicht mehr erschienen ist. Darüber, worum es Baumgartens in seiner Ästhetika geht, sollte uns Paragraph 1 Auskunft geben, in dem Baumgartens eine Definition seines Gegenstandes gibt, die folgendermaßen lautet. Das erste ist eine Kopie aus dem Werk selbst, das kann man sehr schlecht lesen. Deswegen habe ich es noch einmal anders abgeschrieben. Zu deutsch also die Ästhetik oder die Theorie der freien Künste, die niedere Erkenntnistheorie, die Kunst schön zu denken, die Kunst des Analogonrationes, das ist die Wissenschaft von der sinnlichen Erkenntnis. Ich will versuchen, dem Sinn dieser Definition näher zu kommen, indem ich die Stichwörter aufgreife, die Baumgarten zur Erläuterung in die Klammer gesetzt hat. Und schon das erste Stichwort bereitet Schwierigkeiten. Denn als Artes Liberales oder als die sieben freien Künste bezeichnete man schon in der Antike den Kanon der folgenden Wissenschaften Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Arithmetik, Geometrie, Musiktheorie und Astronomie. Man sieht sofort, dass Baumgarten diesen Kanon nicht gemeint haben kann, wenn er seine Ästhetika als Theoria Liberalium Artium erläutert. Denn mit Grammatik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musiktheorie oder Astronomie hat die Ästhetika nichts zu tun, sondern allenfalls mit Rhetorik. Was aber hatte Baumgarten dann im Sinn? Und ich vermute Folgendes, beweisen kann ich es nicht, ich vermute Folgendes. Seit etwa der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts gab es den relativ feststehenden Kanon, der, wie man sie damals nannte, Beaux-Arts. Und dazu gehörten Architektur, Skulptur, Malerei, Musik und Poesie. Der Ausdruck Beaux-Arts tritt zum ersten Mal 1650 bei Charles Perrault auf. Das wissen Sie ja das Folgende, die Äquivalente für den Ausdruck Beaux-Arts sind im italienischen Belle Arti, im englischen Feinarts und im deutschen Schöne Künste. Ich vermute nun, wie gesagt, beweisen kann ich es nicht, dass Baumgarten, da es in dem akademischen Latein, in dem er seine Ästhetika abgefasst hat, ein Äquivalent für schöne Künste gar nicht gab, dass er auf diesen Ausdruck Artes liberalis ausgewichen ist. Mit anderen Worten, Baumgartens Ästhetika sollte eine Theorie der schönen Künste sein. Was, nächstes Stichwort, die Gnoseologia, ich glaube, ich habe, nein, da muss ich zu weit zurückgehen, die Gnoseologia Inferior angeht, so ist damit eine Theorie der sogenannten Niederen Erkenntnis oder der Niederen Erkenntnisvermögen gemeint. Gnose, ich stolper noch ein paar Mal über das Wort, Entschuldigung, Gnoseologia ist ein Kunstwort, das Baumgarten erfunden zu haben scheint und es bedeutet, was wir heute Erkenntnistheorie nennen würden. Mit der Bezeichnung Niedere Erkenntnis ebenso wie mit dem Ausdruck Sinnliche Erkenntnis, also Cognitio Sensitiva, meinte man in der deutschen Philosophie des 18. Jahrhunderts im Grunde nichts anderes als sinnliche Wahrnehmung. Sodass also die Erläuterung der Ästhetika durch Gnoseologia Inferior ebenso wie die Definition der Ästhetik als Scientia Cognitionis Sensitiva im Grunde so viel bedeutet wie Theorie der sinnlichen Wahrnehmung, insofern sie Erkenntnis ist oder etwas mit Erkenntnis zu tun hat. Gemäß der dritten Paraphrase soll die Ästhetika dasselbe sein wie Ars pulchre cogitandi. Pulchre cogitare, wörtlich schön denken, also auf schöne Weise denken, bedeutet, seine Gedanken auf leicht fassliche, bildhafte Art auszudrücken. Mit passenden Gleichnissen, Metaphern, Beispielen und Beispielen zu versehen, also den abstrakten Gedanken gleichsam sinnlich einzukleiden. Pulchre cogitare bezeichnet einen bestimmten Stil und die Ars pulchre cogitandi bezeichnet das entsprechende Vermögen oder eben die Beherrschung einer bestimmten Schreibart. Um zu verstehen, was Baumgarten letztes Stichwort mit der Ars analogi rationis im Sinn hatte, muss man auf Leibniz zurückgehen, der den Ausdruck analogon rationis geprägt und der damit ein Verhalten bezeichnet hat, das zwar objektiv vernünftig ist, aber nicht auf vernünftiger Überlegung beruht. Das instinktive Verhalten der Tiere ist in dem Sinn objektiv vernünftig, dass es situationsadäquat und sinnvoll ist und ihren Bedürfnissen entspricht, so als ob es Resultat vernünftiger Überlegung wäre, was es de facto aber gerade nicht ist. Und solches Verhalten entspringt nicht der Vernunft, aber es ist vernunftgemäß. Und eben das meinte Leibniz mit dem analogon rationis. Was Baumgarten mit Ars analogi rationis im Auge hat, muss aber etwas Spezielleres gewesen sein, nämlich das Vermögen, spontan und gewissermaßen ohne darüber nachzugrübeln, die treffenden und passenden Bilder und Beispiele und Metaphern zu finden, die das Pulchre Kogitare ausmachen. Damit ist der Gegenstand der Ästhetika umrissen. Aber was das genau sein soll, eine Scientia Cognitione Sensitive, ist damit noch nicht erklärt. Vielleicht hilft hier ein Blick auf eine 1735 schon erschienene Schrift Baumgartens. Ja, da ist sie. Die den Titel trug Meditationes Philosophicae den Nullis ad poema pertinentibus. Zu deutsch etwa Philosophische Betrachtungen über einiges, was ein Gedicht ausmacht. Am Ende dieser Schrift taucht das Wort Ästhetika zum ersten Mal auf. Wie der Titel schon deutlich macht, handelt es sich um eine poetologische Untersuchung, deren Grundgedanke ist folgender. Eine Rede, und zwar jede Rede, eine Rede ist eine Reihe von Wörtern. Durch die Wörter werden Vorstellungen bezeichnet und durch die bezeichnenden Wörter werden die Vorstellungen transportiert und anderen mitgeteilt. Der Zusammenhang oder die Einheit einer Rede wird durch den sachlichen Zusammenhang der Vorstellungen bestimmt, welche durch die Rede bezeichnet werden. Vorstellungen aber können von zweierlei Art sein. Baumgarten klassifiziert sie nach dem Ort ihrer Entstehung, nämlich danach, ob sie durch unser höheres oder eben niederes Erkenntnisvermögen erworben werden. Im Hintergrund dieser Unterscheidung steht die klassische Vorstellung, dass wir Menschen zum Erkennen mit zwei verschiedenen Vermögen ausgestattet sein müssen, mit Verstand und Sinnlichkeit, mit einer intellektualen und einer sensitiven Seele oder wie immer man das nennen will oder genannt hat. Zwei Vermögen, diese beiden Vermögen sind Quellen von Vorstellungen, aber die Vorstellungen sind aufgrund ihrer verschiedenen Herkunft eben auch von verschiedener Art. Nämlich einerseits intellektuelle oder begriffsartige oder begriffliche und andererseits eben sinnliche Vorstellungen. Zur Bezeichnung dieser beiden Arten von Vorstellungen greift Baumgarten auf die entsprechenden Termini aus der griechischen Philosophie zurück und nennt sie Noeta und Eisteta. Die Eisteta sind Wahrnehmungen oder wahrnehmungsartige Vorstellungen. Und hier ist es wichtig, sich klarzumachen, dass die Wahrnehmung an sich zwar natürlich verschiedene Modalitäten umfasst, also Sehen, Hören, Schmecken, Riechen, Tasten, das aber, wie die Wahrnehmung funktioniert, fast immer am Sehen erläutert worden ist und auch heute noch am Sehen erläutert wird. Und dass die Sehen oft so vorgestellt worden ist, dass durch die Einwirkung der äußeren Welt im Geiste Bilder der Gegenstände erzeugt werden. Dieser Punkt, dass es sich um Bilder, bildartige Vorstellungen handelt, der wird noch wichtig werden. Gemäß dem simplen, aber leider ungeheuer festsitzenden traditionellen Sprachmodell, demzufolge Wörter eigentlich nur die Funktion haben, Stellvertreter und dann Transportmittel von Vorstellungen zu sein, überträgt sich nun die Zweiteilung der Vorstellungen in Noeta und Aisteta auf die Rede, sodass Baumgarten den Terminus Oratio sensitiva prägen kann. Eine Oratio sensitiva ist eine Rede, die sinnliche, bildliche Vorstellungen bezeichnet und solche Vorstellungen dadurch transportiert, dass sie beim Hörer die entsprechenden Vorstellungen evoziert. Soweit hat das alles noch nichts mit Theorie der Dichtung zu tun. Um diesen Schritt zu verstehen, müssen wir noch ein Lehrstück aus der rationalistischen Philosophie berücksichtigen. Nämlich, dass die intellektuellen Vorstellungen deutliche Vorstellungen und die sinnlichen Vorstellungen verworrene Vorstellungen sind und dass nur deutliche Vorstellungen wahrheitsfähig sind. Diese These hat etwas mit dem Erkenntnismodell oder mit der Erkenntnistheorie des Rationalismus zu tun. Der Erkenntnisprozess, wenn er von sinnlichen Vorstellungen ausgeht, besteht darin, das, was da zunächst in Verworrenheit vorliegt, in unter verschiedene passende und passende, wohldefinierte Begriffe zu bringen. Also gewissermaßen das Verworrene auseinanderzulegen und damit zur Deutlichkeit zu bringen. Das Ziel der Erkenntnis ist die Scheidung von Wahrheit und Falschheit und das besteht intellektuelle Vollkommenheit darin, dass die eigenen Vorstellungen möglichst nur deutliche Vorstellungen und außerdem möglichst nur wahre Vorstellungen sind. Wenn man aber, da jetzt kommt Baumgartens Punkt, wenn man dieses Erkenntnisideal auch auf die Dichtung überträgt, dann macht man einen Fehler, weil man ein wesentliches Moment der dichterischen Rede, die eben kein wissenschaftlicher Traktat ist, verfehlt. Baumgartens durchaus nachvollziehbare Beobachtung war einfach die, dass, obwohl es auch bei der Dichtung auf Wahrheit ankommt, manche auch nur auf Wahrscheinlichkeit, das ist jetzt aber gleichgültig, doch sicher nicht nur auf Wahrheit, sondern vor allem darauf, dass sie eine sinnliche oder bildliche Dichtung ist, Rede ist. Dichtung ist also oratio sensitiva und sie soll auch gar nichts anderes sein als oratio sensitiva. Will man auch hier ein Ideal der Vollkommenheit formulieren, dann muss man diese Vollkommenheit in dem für die dichterische Rede Wesentlichen suchen, das heißt in ihrer Sinnlichkeit, Bildlichkeit oder Anschaulichkeit und nicht in dem geistigen Gehalt, der auch in dem Gedicht selbstverständlich stecken soll sogar. Das steckt hinter der Definition, die Baumgarten im Paragrafen 9 seiner Schrift vorträgt. Da war jetzt auch wieder die Kopie, die ist sehr schlecht lesbar. Ich hoffe, dass das gut lesbar ist, was jetzt dann aber ansteht. Zu Deutsch, eine vollkommene sinnliche Rede ist ein Gedicht. Sie können das auch rumdrehen. Ein Gedicht ist ein sehr gutes, ein vollkommenes Gedicht, ist eine vollkommene sinnliche Rede. Die Gesamtheit der Regeln, denen ein Gedicht entsprechen muss, ist die Poetik. Die Wissenschaft der Poetik ist die jetzt wörtlich poetische Philosophie, aber gemeint ist die philosophische Poetik. Die Fähigkeit des Dichtens ist die Poesie, das ist die Dichtkunst. Und wer sich dieser Fähigkeit erfreut, ist ein Dichter. Das für uns Interessante an diesem Paragrafen sind die folgenden Thesen. Zum einen gibt es die Poetik. Das ist die Gesamtheit der Regeln, denen die Dichtung entsprechen muss. Man kann interpolieren, Poetik oder Poetiken gab und gibt es selbstverständlich schon längst und in reicher Zahl. Zum anderen aber gibt es, oder besser gesagt soll es geben, eine wissenschaftliche oder philosophische Poetik. Und genau auf diesen Punkt kommt Baumgarten am Ende der Schrift zurück. Die Paragrafen 115 und 116 lauten, ich gebe sie gleich in... Dann ist es auf dem Handout, Entschuldigung. Ich gebe sie gleich in deutscher Übersetzung. Die philosophische Poetik ist nach Paragraf 9 eine Wissenschaft der Vervollkommnung der sinnlichen Rede. Da wir nun aber im Reden, im Reden als solchen, in jedem Reden, jene Vorstellungen haben, die wir durch die Rede kommunizieren, nimmt die philosophische Poetik beim Dichter, hier ergänze ich oder interpoliere ich dem Meister der Oratio Sensitiva, ein besonderes unteres Erkenntnisvermögen an. Es gehörte nun offensichtlich zur Logik im allgemeinen Sinne, diese Fähigkeit zur sinnlichen Erkenntnis der Dinge anzuleiten. Wer indessen unsere Logik kennt, weiß, wie unbearbeitet dieses Feld ist. Wie aber, wenn der Logik durch ihre eigene Definition die engen Grenzen gezogen sind, in denen sie sie eingeschlossen ist, wird sie doch als die Wissenschaft etwas philosophisch zu erkennen beziehungsweise als Wissenschaft aufgefasst, die die oberen Erkenntnisvermögen bei der Erkenntnis der Wahrheit leitet. Demnach böte sich den Philosophen hier die Gelegenheit, nicht ohne Gewinn auch jene Künste zu untersuchen, bei denen die niederen Erkenntniskräfte zu verfeinern sind, sodass auch diese Künste erfolgreicher zum Nutzen der Welt angewendet werden können. Und da die Psychologie sichere Prinzipien liefert, zweifle ich nicht, dass es eine Wissenschaft geben kann, die das untere Erkenntnisvermögen leitet, beziehungsweise eine Wissenschaft etwas sinnlich zu erkennen. Nächster Paragraf. Da nun eine Definition dieser Wissenschaft gegeben ist, ist ein Name leicht zu finden. Schon die griechischen Philosophen und die Kirchenväter haben sorgfältig zwischen den Eisteter und den Noeter unterschieden. Und es ist klar, dass sie auch das ohne Sinne Sinnliche, also die Phantasmata, als Eisteter bezeichnet haben. Und demnach sollen die Noeter als das durch die oberen Erkenntniskräfte zu erkennende Gegenstand der Logik, die Eisteter dagegen Gegenstand der Episteme, Eistetike oder der Ästhetik sein. Nein. Danach, das ist also das erste Mal Auftreten des Wortes Ästhetika, Ästhetik. Danach ist Ästhetik nur ein anderer Name für die ins Auge gefasste philosophische Poetik. Was Baumgarten dabei beabsichtigt ist, das sollte man sich klar machen, keine Poetik, die die Regeln aufstellt, die man beachten muss, wenn man zum Beispiel ein Sonett schreiben will. Dergleichen gibt es ja, und er hat sein Unternehmen durch die terminologische Unterscheidung zwischen Poetik einerseits und philosophischer Poetik ausdrücklich von den Traktaten über die Regeln der Dichtkunst abgetrennt. Offenbar dachte er an eine Untersuchung, in welcher Weise die sinnlichen Vorstellungen, die uns die sogenannten niederen Erkenntnisvermögen liefern, und auch solche Vorstellungen, die gar nicht den Sinnen, sondern der Fantasie entsprungen sind, in der Dichtung als Veranschaulichung der Gedanken richtig oder überzeugend zu gebrauchen sind. So also wurde die Ästhetik in der Schrift von 1735 von Baumgarten konzipiert. Weder als Arsenal von Regeln zur Leitung des Geistes, das ist das Geschäft der Logik, noch als ein Arsenal von Regeln für die Abfassung bestimmter Formen der Dichtung, das war das Geschäft der Gattungspoetik, würden wir heute sagen, sondern als eine Reihe von Anweisungen für den richtigen Gebrauch von sinnlichem Material in der Dichtung. Und ich glaube nun, dass man Baumgarten wirklich nicht zu nahe tritt, wenn man ihm unterstellt, dass der Ästhetiker von 1750 im Grunde dasselbe Konzept zugrunde liegt. Unter den Begriffen der Ästhetiker scheint der der ästhetischen Wahrheit, der in der Ästhetika vorkommt, den Kern der neuen Wissenschaft zu bezeichnen. Sucht Baumgarten sie doch von der sogenannten logischen Wahrheit abzugrenzen, wodurch es dann in der Rezeption zu der Vorstellung gekommen ist, als stünden Logik und Ästhetik irgendwie nebeneinander. Tatsächlich aber ist mit ästhetischer Wahrheit nichts anderes gemeint als die sachangemessene, keine falschen Vorstellungen weckende und insofern richtige Einkleidung oder Veranschaulichung der Gedanken, des Gedankens, den eine Dichtung zum Thema hat. Nichts scheint mir Baumgartens Unternehmen besser zu charakterisieren als zwei Hexameter am Ende der Vorrede zur Ästhetiker. Der erste Hexameter stammt von Horatz. In deutscher Übersetzung lautet er, Wer sorgsam den Stoff sich erwählte, dem wird es an Worten nicht fehlen, noch an der lichtvollen Ordnung. Baumgarten ergänzt, Sache komme zuerst, einleuchtende Ordnung als zweites und an dritter Stell sei um den Ausdruck besorgt. War also dieses Konzept einer mit Betonung philosophischen Poetik war das Buch der Ästhetika die Geburtsstunde der Ästhetik? Hier sind meiner Ansicht nach zwei Dinge zu berücksichtigen. Zum einen muss man sich klar machen, dass die Wörter Philosophie und Philosophisch im 18. Jahrhundert im Grunde nur andere Ausdrücke für Wissenschaft und wissenschaftlich sind. Man denke nur an den Titel von Newtons Hauptwerk Philosophie Naturalis Principia Mathematica, den man nicht mit mathematischen Prinzipien der Naturphilosophie, sondern richtig nur mit mathematischen Prinzipien der Naturwissenschaft übersetzen kann. Und genau in diesem Sinn meinte es auch Baumgarten mit seiner Philosophia Poetica, hier dadurch von den, sagen wir es so, unwissenschaftlichen, rein, wenn man so will, auf Erfahrung beruhenden Regelpoetiken Unterschied, wobei das Moment der Wissenschaftlichkeit vor allem in der Form der Abhandlung bestand. Alle Sachaussagen müssen durch Beweise gestützt werden, die bereits auf zuvor bewiesenem und schlussendlich auf den Definitionen beruhen, von denen die Abhandlung ausgeht. Sachlich aber war die Wissenschaft der Ästhetik eine Lehre von den sinnlichen Vorstellungen und von den Wirkmechanismen und der Wirksamkeit und angemessene Brauchbarkeit bildlicher Rede in der Dichtung. Aber doch immerhin eine neue Wissenschaft? Aus Baumgartens Sicht war das sicherlich der Fall. Aber auch aus unserer Sicht? Für diese Frage müssen wir etwas berücksichtigen, auf das uns der Titel des Werkes von Baumgartens Schüler Meier aufmerksam machen kann. Der lautete, ich lasse ihn nochmal erscheinen, da ist er, Anfangsgründe aller schönen Wissenschaften. Was verbirgt sich hinter dem Ausdruck schöne Wissenschaften? Der Ausdruck schöne Wissenschaften taucht im 17. Jahrhundert etwa zur selben Zeit wie der Ausdruck schöne Künste auf und er bezeichnet auch in etwa denselben Kanon, also wie dieser Poesie, Malerei, Musik und andere Künste. Martin Opitz zum Beispiel. Beim Martin Opitz ist die Rede von der schönen Wissenschaft der Poeterei. Und damit meinte er keineswegs, was in einer Poetik über die Dichtkunst ausgeführt wird, sondern er meinte die Dichtkunst selbst. Der Ausdruck schöne Wissenschaft hat einen gewissen Doppelsinn. Er bezeichnet zum einen ein Können, also ein praktisches Wissen, wie man etwas macht. In diesem Sinne können auch wir diesen Ausdruck gebrauchen. Etwa wenn einer sagt, wie man das und das macht, ist eine Wissenschaft für sich. Der Inhaber einer schönen Wissenschaft ist also in einer schönen Kunst bewanderter Könner. Zu Zeiten aber, das muss man einfach berücksichtigen, als in sehr vielen Künsten es feste Regeln gab, die der Könner zu beachten hatte, musste der Könner, also der Künstler, zugleich ein Kenner sein. Also einer, der das Wissen besitzt, das zum Beispiel ein Sonett aus zwei Quartetten und zwei Terzetten mit einem bestimmten Reimschema besteht. Die schönen Wissenschaften sind also nichts anderes als die schönen Künste, insbesondere jene, deren Ausübung Regelwissen voraussetzt. Die schönen Künste aber sind im 17. und 18. Jahrhundert der Gegenstand einer überaus reichen, nennen wir sie so, Kunstliteratur. Zu der Spezialuntersuchungen aus alter und neuer Zeit gehören, wie zum Beispiel Aristoteles' Buch über die Tragödie, Horazens' Poetik, Quintillians' Bücher über die Rhetorik, Vitrufs' Traktat über die Architektur und dann natürlich vor allem auch die Traktate der Maler aus der Renaissance. Oder auch die ganz wichtiges Buch für das 18. Jahrhundert 1674 in der Übersetzung von Boileau erschienene Schrift eines unbekannten antiken Redners über das Erhabene. Aber es gab nicht nur auf einzelne Künste fokussierte Literatur, sondern auch diverse Schriften mit einem umfassenderen Ansatz, die die schönen Künste oder eben die schönen Wissenschaften unter den verschiedensten Aspekten betrachteten. Für diese Literatur gab es weder eine kanonische Form noch zumindest in Deutschland und Frankreich eine verbindliche Bezeichnung. Mayer nannte sein Buch Anfangsgründe aller schönen Wissenschaften und meinte damit ein Werk, das die Grundlagen oder Prinzipien aller schönen Wissenschaften, also aller schönen Künste, aufzeigt und anwendet. Andere Bücher hießen zum Beispiel Allgemeine Theorie der schönen Künste von Sulzer oder die schönen Künste in ihrem Ursprung, ihre wahre Natur und besten Anwendungen betrachtet, ebenfalls von Sulzer. Andere Bücher nannten im Titel gleich einfach die These, die vertreten werden sollte, so das berühmte Buch des Abbé Bateux, Les Beaux-Arts réduits à un même principe, 1747 in Paris erschienen, zu Deutsch, es ist in deutscher Übersetzung, 1751 erschienen, Einschränkung der schönen Künste auf einen einzigen Grundsatz, und 1767 erschien ein Buch, ich hoffe, das kommt jetzt hier, jawohl, ein Buch mit dem Titel Theorie der schönen Künste und Wissenschaften, Es handelte sich, wie der Autor Friedrich Just Riedel selbst es nennt, um einen Auszug aus den Werken verschiedener Schriftsteller. Ein Blick auf das, ich hoffe, dass Sie das auch irgendwie halbwegs lesen können, ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis dieses Buches zeigt einfach die ganze Breite der damals behandelten Themen. Und Riedel war auf der Höhe seiner Zeit, erkennt und zitiert alle wichtigen englischen, französischen und deutschen Autoren, die sich zu Fragen der Künste und den verschiedenen Aspekten der Künste geäußert haben. Ich nenne einige, Joseph Edison, Charles Bateu, die Schweizer Bodmer und Breitinger, Jean-Baptiste Dubot, Alexander Gerard, Gottscheid, Henry Hume, Lessing, Mendelssohn, Winkelmann und von den Alten Aristoteles, Horatz und die Schrift über das Erhabene des Pseudolongin. Auch Baumgarten und Meier hat er gelesen. Der Punkt, auf den ich mit diesen Hinweisen machen möchte, ist ein ganz einfacher. Was immer Baumgarten mit seiner Ästhetika im Auge hatte und wie immer man sein Buch von 1750 beurteilen mag, es war einfach ein weiterer Beitrag zu zig anderen Beiträgen zur Kunstliteratur seiner Zeit. und so ist es von den meisten oder jedenfalls von einigen, wo ich das gesehen habe, auch verstanden worden. Es ist nirgends hervorgehoben worden als eine Gründungstat. Vielleicht mit einer Ausnahme einer zeitgenössischen Stimme, die ich Ihnen nicht vorenthalten darf, nämlich Herder. Herder bezeichnet in einer Schrift von 1770, wenn ich mich richtig erinnere, Herder bezeichnet Baumgarten als den, ich zitiere, Philosophen, der zu klein wäre, wenn er nur den Namen Ästhetik erfunden, wenn er nicht auch den scientifischen Plan derselben überdacht hätte. Und genau auf diesen scientifischen Plan legt Herder Baumgarten fest. Dessen Ästhetik ist oder soll sein eine, wie Herder schreit, Wissenschaft des Gefühls, des Schönen oder nach der wolfischen Sprache, also nach der Sprache des Rationalismus, der sinnlichen Erkenntnis. Sonach ist es eine Philosophie, die die Eigenschaften der Wissenschaft und der Untersuchung, nämlich Zergliederung, Beweise, Methode haben muss. Und zu diesem Projekt, diesem scientifischen Projekt einer Philosophie äußert sich Herder nicht nur zustimmend, sondern geradezu hymnisch. Ich zitiere wieder, die Ästhetik wählt sich die Methode der Philosophie, die strenge Analysis, nimmt Produkte der Schönheit in jeder Art so viel sie kann, merkt auf den ganzen ungeteilten Eindruck, wirft sich aus der Tiefe dieses Eindrucks auf den Gegenstand zurück und bestimmt seine Teile einzeln und zusammenwirkend, vergibt sich keine leidlich schöne Halbidee, bringt die Summe des deutlich gemachten unter Hauptbegriffe, diese unter ihre Hauptbegriffe endlich vielleicht unter einen Hauptbegriff, in dem sich das Universum des Schönen in Kunst und Wissenschaft spiegelt. O Ästhetik, die fruchtbarste, schönste und in manchen Fällen neueste unter den abstrakten Wissenschaften, in allen Künsten des Schönen haben die Genies und Künstler weise und dichter Blumen gestreut. In welcher Höhle der Musen schläft der Jüngling meiner philosophischen Nation, der dich vollenden wird, siehe, er wird bauen und sich mit dem Kranz seiner Vollendung verewigen. Soweit Herder. Noch scheint also die Ästhetik keineswegs vollendet zu sein und Baumgarten kann allenfalls ihr Begründer sein. Diese Ruhmestat attestiert Herder ihm allerdings. Aber, das ist jetzt interessant, er macht 1770 auch einen interessanten Einwand gegen Baumgarten. Dessen eine Bestimmung der Ästhetik, nämlich als Kunst schön zu denken, lässt Herder nicht gelten. Und zwar mit dem Argument, die Kunst schön zu denken, sei etwas ganz anderes als Wissenschaft, nämlich ein wörtlich Ich weiß nicht was von Fertigkeit und praktischer Anweisung die Kräfte des Genies und Geschmacks anzuwenden oder nach der Kunstsprache die sinnliche Erkenntnisfähigkeit schön zu gebrauchen. Und das ist Ästhetik ihrem Hauptbegriffe nach nicht. Herder unterscheidet hier also der Sache nach, wörtlich tut er es nicht, er unterscheidet der Sache nach zwischen Wissen und Können. Was die Könner, die Künstler, die Genies hervorbringen und wie sie es machen, das ist eine Sache. Und was dabei herauskommt, die Blumen, die sie verstreut haben, ist der Gegenstand oder soll der Gegenstand einer ganz anderen Sache sein, nämlich eben der Wissenschaft der Ästhetik. Herder noch einmal wörtlich, die Vermischung beider Begriffe gibt also natürlich ein Ungeheuer von Ästhetik. Mit dieser Kritik, das müssen wir uns klarmachen, schneidet Herder von Baumgartens Unternehmen allerdings die Hälfte ab. Denn dessen Ziel war nun einmal, eine Ästhetica Praktica auf der Basis einer Ästhetica Theoretica. Sollen wir also den ganzen oder nur den halben Baumgartens als Begründer der Ästhetik rühmen? Historisch gesehen hat Herder auf das falsche Pferd gesetzt. Denn jener Jüngling, der die theoretische Ästhetik im Stile Baumgartens vollendet hätte, ist nie erschienen. Und die Idee, den Genies mit Theorie und Zergliederung und mit Beweisen auf die Sprünge helfen zu wollen, in diesem Punkt hat Herder ja vollkommen recht, erscheint um 1770 nachgerade absurd. So bleibt es meines Erachtens dabei, Baumgarten war eine Stimme unter vielen Stimmen, aber gewiss nicht die eine Stimme, die alle anderen übertönte. Er hat das Wort Ästhetik geprägt, aber die Ästhetik in irgendeinem besonderen, wegweisenden, systematischen oder gar philosophischen Sinn, philosophisch eher in unserem Sinn natürlich genommen, hat er nicht erfunden. Und Kant, hat er die philosophische Ästhetik erfunden oder begründet? Wenn wir an Kants Ästhetik denken, dann denken wir an die Kritik der Urteilskraft. Genauer an die Kritik der ästhetischen Urteilskraft. Obwohl Kant selbst das, was er in der Kritik der ästhetischen Urteilskraft untersucht und nie als Ästhetik bezeichnet hat. Ganz im Gegenteil hat er dafür plädiert, die von Baumgarten eingeführte Bezeichnung wieder abzuschaffen. In der Kritik der reinen Vernunft von 1781 heißt es, gibt es eine Anmerkung, die ich verkürzt zitiere. Die Deutschen sind die einzigen, welche sich jetzt des Wortes Ästhetik bedienen, um dadurch das zu bezeichnen, was andere Kritik des Geschmacks heißen. Es liegt hier eine verfehlte Hoffnung zum Grunde, welche der vortreffliche Analyst Baumgarten fasste, die kritische Beurteilung des Schönen unter Vernunft Prinzipien zu bringen und die Regeln derselben zur Wissenschaft zu erheben. Allein diese Bemühung ist vergeblich. Um des Willen ist es ratsam, diese Benennung wiederum eingehen zu lassen, und sie derjenigen Lehre aufzubehalten, die wahre Wissenschaft ist. Soweit Kant. Der Hintergrund dieser Anmerkung ist ganz schnell erklärt. In Kants Erkenntnis Theorie gibt es eine Erörterung von Raum und Zeit als Bedingung dafür, dass uns die Gegenstände möglicher empirischer Erkenntnis in der Wahrnehmung gegeben sein können. Diese Erörterung hat Kant transzendentale Ästhetik genannt. Und nun möchte er das Wort Ästhetik für dieses Teilstück seiner Erkenntnistheorie reservieren. Mit dem Argument, dass die transzendentale Ästhetik wahre Wissenschaft sei, die Ästhetik Baumgartens dagegen nicht. Weil, was Baumgarten versucht habe, unmöglich ist. Ob Kant mit dieser Kritik Baumgarten völlig gerecht wird, das lasse ich dahingestellt. Tatsache ist, das wissen Sie, dass es Kant nicht gelungen ist, den Baumgartenschen Terminus wieder aus der Welt zu schaffen. Dass er aber das Wort ästhetisch, und zwar durchaus in der Bedeutung, wie es damals in der Kunstliteratur en vogue war, in sein Vokabular aufgenommen hat. Man könnte nun versucht sein, die zitierte Bemerkung aus der Kritik der reinen Vernunft als Beleg dafür zu deuten, dass Kant seine eigene Ästhetik im Gegenzug gegen die Baumgartenmeier'sche Ästhetik artikuliert habe. Das ist meines Erachtens aber nicht der Fall gewesen. Es gibt, gebe ich zu, einige wenige Stellen in der Kritik der Urteilskraft, die auf die Baumgartenmeier'sche Ästhetik, wenn auch ohne Namensnennung, Bezug haben, aber diese Bezugnamen sind eher marginal. Den entscheidenden Anstoß zu seiner Beschäftigung mit der Kritik des Geschmacks, wörtlich Kant seine Tätigkeit manchmal so, hat Kant, wie ich noch zeigen werde, aus einer ganz anderen Richtung erhalten. Aber zunächst einmal, worum geht es eigentlich in der Kritik der Urteilskraft? Ich habe, nee, das ist es nicht, Moment, da ist mir was, sorry, da fehlt eine, ich wollte den etwas komplizierten Überinhalt, das muss ich Ihnen jetzt einfach referieren. Es ist nicht wahnsinnig schwierig. Also, worum geht es in der Kritik der Urteilskraft? Wenn man von Vorrede und Einleitung absieht, dann zerfällt das Werk in zwei Kritiken, in eine Kritik der ästhetischen und in eine Kritik der teleologischen Urteilskraft. Die zweite Kritik, die Kritik der teleologischen Urteilskraft, beschäftigt sich mit dem Problem der Erklärungskraft und der Brauchbarkeit von sogenannten teleologischen Erklärungen und mit daran anknüpfenden metaphysischen Fragen. In Klammern gesagt, das war damals ein wirklich brandaktuelles wissenschaftstheoretisches Thema, denn die Form der teleologischen Erklärung ist, wir würden sagen, also in der Biologie und in allen entsprechenden Wissenschaften die Standardform der damaligen wissenschaftlichen Erklärung. Beide Teile bis auf einen einzigen Punkt, also diese beiden Kritiken, sind voneinander unabhängig. Denn die Fragen der Kritik der teleologischen Urteilskraft hätten auch, wie Kant selbst einräumt, in der Kritik der reinen Vernunft behandelt werden können. Und dort gibt es sogar verkürzt Stellen, die auf diese Problematik eingehen. Der erste Teil, also die Kritik der ästhetischen Urteilskraft, besteht aus zwei Abschnitten, nämlich aus der Analytik der ästhetischen Urteilskraft und der Dialektik der ästhetischen Urteilskraft. Und die Analytik der ästhetischen Urteilskraft, besteht wiederum aus zwei Büchern, nämlich der Analytik des Schönen und der Analytik des Erhabenen. Tatsächlich aber ist von den beiden Analytiken sachlich noch ein dritter Teil zu unterscheiden, der hat auch eine eigene Überschrift, aber es kommt im Inhaltsverzeichnis nicht so vor, nämlich ein dritter Teil, die Deduktion der reinen ästhetischen Urteile. Diese Einteilung, also Analytik, Deduktion, Dialektik, diese Einteilung und noch einige andere Gliederungsmerkmale erinnern nicht zufällig an die Kritik der reinen Vernunft, weil Kant sich zur Organisation seines Stoffs und auch deshalb ausdrücklich auf die Kritik der reinen Vernunft bezieht, weil seiner Meinung nach ein gewisser sachlicher Zusammenhang bestehen soll. Gleichwohl muss man feststellen, dass aus dieser Gliederung, die ich eben leider nicht an die Wand habe werfen können, sondern nur referiert habe, dass aus dieser Gliederung noch keineswegs klar hervorgeht, was es mit der Kritik der ästhetischen Urteilskraft eigentlich auf sich hat. Worum geht's? Erwartet man unter dem Stichwort Kant's Ästhetik zum Beispiel Aussagen zu Aspekten und Fragen der schönen Künste, so findet man dazu zwar allerlei durchaus Interessantes, aber diese Passagen sind überhaupt nicht hervorgehoben, sondern stehen eher als ein Beiwerk im Text. Und so war es wohl auch, als Kant sich aus einem ganz bestimmten Grund mit der Kritik des Geschmacks beschäftigte, sah er die Möglichkeit, etliches von dem, was er über viele Jahre hin in seinen Vorlesungen zu Fragen der Kunst vorgetragen, aber nicht publiziert hatte, mit dem neuen Buch der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt zu geben. Und dasselbe gilt in gewisser Weise auch von der Analytik des Erhabenen. Auch die ist sehr schwach verzahnt mit dem Rest der Kritik der ästhetischen Urteilskraft. Kant reagiert mit diesem Textstück auf das berühmte Buch von Edmund Burke, »A Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideals of the Sublime and Beautiful«, das Kant seit 1773 in der deutschen Übersetzung »Philosophische Untersuchungen über den Ursprung unserer Begriffe des Erhabenen und Schönen« kannte. Und er benutzt nun die Gelegenheit, seine eigene Theorie des Erhabenen vorzutragen. Kants Überlegungen sind nicht nur recht eigenwillig, sondern sie sind auch eigenständig und mit dem Rest der Kritik der ästhetischen Urteilskraft, wie ich schon gesagt habe, nur oberflächlich verzahnt. Es bleiben also die Analytik des Schönen, die Deduktion und die Dialektik übrig. Und diese Textteile haben es genau genommen wiederum mit zwei ganz verschiedenen Themen zu tun, die einander überlagern und durchdringen. Was das Verständnis des Buches außerordentlich erschwert. Das eine Thema ist ein philosophisches Problem, das mit dem Geschmack zusammenhängt. Das andere Thema ist Kants Versuch zu zeigen, dass die Kritik der Urteilskraft das abschließende Stück ist, das den kritischen Teil seiner Philosophie zu einem System vervollständigt. Auf beide Themen gehe ich nacheinander ein. In den 1780er Jahren war der Geschmack wahrlich kein neues Thema. Etliche Autoren hatten sich dazu geäußert und Kant kannte viele dieser Abhandlungen. Nun gibt es einen Text, der das Problem des Geschmacks in zugespitzter Form präsentiert, sodass es sich als ein philosophisches Problem darstellt. Es handelt sich um David Hume's Essay of the Standard of Taste. Kant kannte diesen Text, aber natürlich nur in der deutschen Übersetzung. Dort ist der Titel von der Grundregel des Geschmacks. Wo ich Hume zitiere, zitiere ich natürlich aus dieser alten deutschen Übersetzung von 1759. In dieser Abhandlung versucht Hume, eine Grundregel aufzustellen, mit deren Hilfe sich Streitigkeiten in Geschmacksdingen sollen entscheiden lassen. Wie diese Regel lautet und wie Hume zu ihr gelangt ist, das ist für unseren Zusammenhang unwichtig. Interessant ist die Exposition der Fragestellung. Auszugehen, so Hume, hätten wir von zwei Tatsachen. Zum einen von der, wie es dort heißt, großen Verschiedenheit des Geschmacks, die in der Welt herrscht. Und damit meinte Hume die vielen Meinungsverschiedenheiten über die Qualität von Kunstwerken. Es geht in der jüdischen Abhandlung nur um Kunst, eigentlich sowieso nur um Literatur. Also über die Meinungsverschieden, über die Vorzüge von Kunstwerken, über ihre Vorzüglichkeiten und Mängel, über ihre Schönheiten, wie man damals sagte. Verbunden mit der Erfahrung, dass solche Meinungsverschiedenheiten nur schwer und oft gar nicht ausgeräumt werden können. Diese Erfahrung, so Hume, habe ihren Niederschlag in dem Sprichwort oder in den Grundsatz gefunden, über den Geschmack, ist es jetzt wörtlich aus der deutschen Übersetzung, über den Geschmack ist es unnütz zu disputieren. Und dieser Grundsatz, so Hume, scheint wieder wörtlich von der gesunden Vernunft feierlich bestätigt zu sein. Mit anderen Worten, es ist ein vernünftiger Grundsatz, sich in solchen Fragen keine unnützen Streitigkeiten zu führen, sondern einem jeden eben seinen Geschmack zu lassen. Dem, so Hume, steht aber die andere Tatsache entgegen, dass wir uns keineswegs immer diesem Grundsatz gemäß verhalten. Es gibt, heißt es bei Hume, doch gewiss eine Art von gesunder Vernunft, man könnte sagen eine andere Art von gesunder Vernunft, welche dem genannten Grundsatz entgegen ist und ihn wenigstens genauer bestimmt und einschränkt. Demjenigen nämlich, der ein krasses Fehlurteil fällt, Humes Beispiel ist jemand, der einen vergessenen, den vergessenen Verseschmied O'Gilby über Milton stellt, dem lassen wir sein Urteil nicht durchgehen. Hume wörtlich, der Grundsatz der natürlichen Gleichheit des Geschmacks wird als dann ganz vergessen. Und wenn wir ihn in manchen Fällen gelten lassen, so fällt er in anderen Fällen wieder als ein ausschweifendes Paradoxon oder vielmehr als eine handgreifliche Ungereimtheit in die Augen. Mit anderen Worten, dem Grundsatz, dass es unnütz ist, über den Geschmack zu disputieren, steht der andere, ebenfalls durch gesunde Vernunft sanktionierte Grundsatz entgegen, dass es keineswegs immer unnütz oder vergeblich ist, über den Geschmack zu disputieren. Und für Hume besteht nun die Aufgabe darin, eben eine Grundregel des Geschmacks zu finden, durch deren Anwendung zwischeneinander widerstreitenden Meinungen entschieden werden kann. Bis auf zwei Details, auf die ich noch eingehen werde, gehe ich, wie gesagt, auf diese ganze Sache, was sich Hume da ausgedacht hat, nicht weiter ein. Interessant ist, dass und wie Kant auf diese Problemexposition reagiert. Die beiden Hume'schen Grundsätze, nämlich über den Geschmack ist es unnütz zu disputieren und über den Geschmack lässt sich disputieren, bilden einen geraden Widerspruch. Und dieser Widerspruch lässt sich dann nicht in der gewöhnlichen Form auflösen, dass man die Wahrheit des einen Satzes und damit zugleich die Falschheit des anderen Satzes nachweist, wenn hinter beiden Sätzen gesunde Vernunft steht. Gesunde Vernunft, das ist meines Erachtens das für Kant entscheidende Stichwort gewesen. Denn wenn in beiden Sätzen Vernunft steckt, müssen beide Grundsätze wahr sein und können doch, so wie sie dastehen, nicht zugleich wahr sein. Das ist das philosophische Problem des Geschmacks. Die Lösung für dieses Problem formuliert Kant im Paragrafen 56 der Kritik der Urteilskraft. Ich referiere seine Darlegung in verknappter Form. Formuliert man die beiden Grundsätze in der deutschen üblichen Form, also erstmal Jumes, beide Grundsätze, so jetzt sollten die beiden da kommen, ja. Nämlich erstens, über den Geschmack ist es unnütz zu streiten und über den Geschmack ist es unnütz, Entschuldigung, ist es nicht unnütz zu streiten oder kürzer, über den Geschmack lässt sich nicht streiten bzw. über den Geschmack lässt sich streiten. Also das kann man aus Jum erstmal entnehmen. Diese Reformulierung ist erlaubt, denn Streiten und Disputieren bedeuten im Sprachgebrauch jener Zeit dasselbe. Nämlich damals wie heute bedeutet Disputieren streiten, auch damals wie heute ist eine Disputation nichts weiter als ein Streitgespräch. Aber Kant, das ist jetzt interessant, trifft eine semantische Unterscheidung. Das ist jetzt wichtig. Und zwar dieser Unterscheidung gemäß soll Disputieren können voraussetzen, dass es sich um einen Streit handelt, der durch Beweise entschieden werden kann. Während Streiten können zwar impliziert, dass Gründe vorgebracht werden können, aber nicht voraussetzt, dass es sich dabei um, wie Kant sagt, Beweisgründe handelt. Aufgrund dieser semantischen Unterscheidung kann Kant nun drei Sätze formulieren. Da sind sie. Über den Geschmack lässt sich nicht streiten, über den Geschmack lässt sich streiten, über den Geschmack lässt sich nicht disputieren. Nach der semantischen Unterscheidung, die Kant getroffen hat, besagt der dritte Satz, dass man über den Geschmack nicht disputieren kann, weil sich entsprechende Meinungsverschiedenheiten nicht durch Beweise entscheiden lassen. Und der zweite Satz besagt, dass man über den Geschmack streiten kann, das heißt, mit Gründen argumentieren kann, obwohl es nicht so ist, dass man ihn durch Beweisgründe entscheiden kann. Also lässt sich ein solcher Streit möglicherweise nicht definitiv entscheiden. Was aber, muss man sich natürlich fragen, sollen diese drei Sätze nützen, da doch die ersten beiden immer noch einen geraden Widerspruch bilden. Wie Kant diesen Widerspruch auflöst, lässt sich zeigen, wenn wir ihn einen fiktiven Dialog mit Jung führen lassen, durch den zugleich Kant's eigene Position deutlich wird. Du, Jung, behauptest zum einen, über den Geschmack ist es unnütz zu disputieren. Wenn du damit meinst, dass es einen großen Bereich von Geschmacksfragen gibt, bei denen wir, wie Kant sich ausdrückt, jedem seinen Geschmack haben lassen, weil es da gar nichts gibt, worüber man mit Gründen und Gegengründen sich auseinandersetzen kann, dann hast du recht. Aber solche Geschmacksfragen sind Privatsache und haben nichts mit der Schönheit zu tun. Und entsprechende Urteile haben nur, wie Kant sagt, Privatgültigkeit. Und um diese Bereichsbeschränkung des ersten Satzes deutlich zu machen, formuliert Kant ihn etwas anders. Nämlich so, ein jeder hat seinen eigenen Geschmack. Wenn du, Jung, mit dem Satz, über den Geschmack ist es unnütz zu disputieren, dagegen meinst, dass man, wenn es um die Schönheit geht, bei Meinungsverschiedenheiten nicht streiten kann, das heißt nicht argumentieren kann, dann hast du nicht recht, denn das kann man. Du, Jung, behauptest zum anderen, über den Geschmack lässt sich disputieren. Wenn du damit meinst, dass man, wenn es um die Schönheit geht, Meinungsverschiedenheiten durch Beweise entscheiden kann, dann hast du wiederum nicht recht, denn das kann man nicht. Rechtverstanden sind also alle drei Sätze wahr, die Kant in § 56 formuliert. Ich sage es noch einmal, ein jeder hat seinen eigenen Geschmack, allerdings nur dort, wo es nicht um Schönheit geht, über den Geschmack lässt sich streiten, nämlich dort, wo es um Schönheit geht, allerdings, wenn es um Schönheit gilt, gilt zugleich über den Geschmack lässt sich nicht disputieren. Und diese drei Sätze repräsentieren exakt ganz eigene Position. Nun ist die Textpassage, die ich hier herangezogen habe und die ich betrachtet habe, ein später Paragraf in der Kritik der Urteilskraft, was über die Entstehung nicht unbedingt, also Entstehungszeit nicht unbedingt etwas sagt. Wir wissen nicht, wie das Buch zustande gekommen ist. Eines ist ganz klar, es ist nicht in einem Zug geschrieben, es gibt offensichtlich mehrere Entstehungsphasen, aber wie das genau ist, das wissen wir nicht. Also wie gesagt, es ist eine späte Textpassage und hat im Buch den Charakter eines Resümes. Aber man kann von hier aus sehr gut verdeutlichen, was Kant tun musste, um seine Position zu untermauern. Und dazu ist es nützlich, noch zwei Punkte aus Juhms Abhandlung zu berücksichtigen. Juhms Idee ist es, den Geschmack in der übertragenen Bedeutung des Wortes, also nicht den Geschmack von Zunge und Gaumen, sondern den, wir würden vielleicht sagen, ästhetischen Geschmack, eben doch in einer genauen Analogie zum sogenannten Sinnengeschmack als ein, wenn auch geistiges, Empfindungs- und Sinnesorgan zu verstehen. Und dagegen wendet sich Kant mit folgender Bemerkung zum Auftakt der Analytik des Schönen. Die Definition des Geschmacks, welche hier zum Grunde gelegt wird, ist, dass er das Vermögen der Beurteilung des Schönen sei. Und eben nicht, das muss man mithören, eine Art Wahrnehmungs- oder Sinnesorgan. Zwar stützt sich das Urteil, ob etwas schön sei oder nicht, auf Wahrnehmung, aber das ist nicht dasselbe wie ein entsprechendes, das Urteil ist nicht dasselbe wie eine entsprechende Wahrnehmung. Zweiter Punkt bei Juhm, genauer muss man sagen, bei denen, die meinen, über den Geschmack sei es unnütz zu disputieren, bedeutet das Prädikat schön so viel wie, was demjenigen, der es gebraucht, gefällt beziehungsweise nicht gefällt. Und das führt dazu, dass, was das Schöne ist, von Individuum zu Individuum variieren und infolgedessen tausenderlei Verschiedenes sein kann. Das hält Kant für falsch und meint, dass die Schönheit immer und überall dieselbe einem schönen Gegenstand zukommende Eigenschaft ist. Aber nun setzt er nicht einfach seine eigene oder eine eigene Bestimmung der Schönheit dagegen, sondern lässt, was Schönheit ist, erst einmal offen und bemerkt, was aber dazu erfordert wird, um einen Gegenstand schön zu nennen, das muss die Analyse der Urteile des Geschmacks entdecken. Beides zusammen erklärt, warum es sich bei der Analytik des Schönen nicht etwa um eine Phänomenologie des Schönen, sondern eben um eine Analyse der Urteile handelt, durch die wir einem Gegenstand Schönheit zusprechen oder auch absprechen. Die Schritte dieser Analyse sind oft nicht leicht nachzuvollziehen. Und ich kann sie hier nicht im Einzelnen darlegen, sondern ich kann das Ergebnis nur andeuten. Die berühmte Bestimmung der Schönheit, zu der Kant schließlich gelangt, Sie kennen sie alle, lautet, Schönheit ist Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern sie ohne Vorstellung eines Zwecks an ihm wahrgenommen wird. Gemeint ist damit die am lebendigen Organismus abgelesene Form der Organisiertheit, die sich aber, das ist sehr wichtig, nicht nur in der Natur, sondern auch an Artefakten findet und, noch wichtiger, die auf unendlich verschiedene Art und Weise realisiert sein kann. Es handelt sich dabei um eine Eigenschaft des betreffenden Gegenstandes. Und das Geschmacksurteil, durch das wir ja Schönheit zuschreiben oder auch absprechen, ist insofern ein durchaus objektives Urteil. Das jedenfalls ist sein Anspruch. Und in dieser Hinsicht unterscheidet es sich nicht von irgendwelchen anderen objektiven, gegenstandsbestimmenden Urteilen. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen der Eigenschaft der Schönheit und denjenigen Eigenschaften der Gegenstände, auf die wir in, wie Kant sie nennt, Erkenntnisurteilen abzielen. Letztere Eigenschaften sind allesamt Eigenschaften, die den Begriff des Gegenstandes ausmachen. Also das, was er aufgrund dessen ist, dass er zu einer bestimmten Art oder Gattung von Gegenständen gehört. Die Eigenschaft der Schönheit gehört nicht zu diesen Eigenschaften. Sie ist nicht mit dem Begriff des betreffenden Gegenstandes verknüpft. Während sich aus Art- und Gattungsbegriffen die Kriterien ergeben, an denen sich entscheidet, um was für einen Gegenstand in der Wahrnehmung, der in der Wahrnehmung gegeben ist, es sich jeweils handelt, oder unter welche solche Begriffe, nennen wir sie so, Gegenstandsbegriffe, ein gegebener Gegenstand fällt, ist das bei der Eigenschaft der Schönheit nicht so. Sie ist eben nicht eine solche, sie ist nicht mit dem Begriff des Gegenstandes verknüpft. Aus dem Begriff eines gegebenen Gegenstandes folgt daher nicht, dass er schön ist. Das bedeutet einerseits, dass es keine artspezifische Schönheit, keine Schönheiten für diese und jene Art von Gegenständen gibt, also auch keine diverse für bestimmte Gegenstandsbereiche spezifische Schönheiten. Die Schönheit ist, wo immer sie sich findet, überall ein und dieselbe. Diese Unabhängigkeit von Gegenstandsbegriffen, also dass man aus dem Begriff eines in der Wahrnehmung gegebenen Gegenstandes nichts über seine Schönheit ableiten kann, bedeutet andererseits, dass man stets den einzelnen Gegenstand betrachten muss, um seine Schönheit zu erfassen. Und es bedeutet, dass man sich für sein Urteil über die Schönheit eines Gegenstandes stets nur auf die jeweils eigene Wahrnehmungserfahrung stützen kann. Aus dieser Sachlage ergibt sich, was Kant mit der Behauptung meint, dass man über den Geschmack zwar streiten, aber nicht disputieren kann. Denn wenn einer die Schönheit eines Gegenstandes nicht sieht, die ich zu erkennen glaube, dann kann ich sie ihm nicht beweisen. Oder wie man damals dachte, ich kann sie ihm nicht andemonstrieren. Aber ich kann mit ihm insofern streiten, als ich versuchen kann, ihm die Schönheit am Gegenstand zu zeigen, indem wir den Gegenstand gemeinsam betrachten. Man kann also sein eigenes Urteil durchaus begründen, wenngleich es kein Beweis- oder Demonstrationsverfahren und daher auch keine Garantie dafür gibt, den anderen zu überzeugen und den Streit zu entscheiden. Diese Überlegungen, Kant, egal ob man sie jetzt richtig findet oder nicht, sind meines Erachtens von heute aus betrachtet in dem Sinne ein Stück philosophische Ästhetik, dass sie einen Beitrag zu folgenden Fragen darstellen. Gibt es eine besondere Klasse von ästhetischen Prädikaten oder Begriffen? Und wenn ja, wie funktionieren diese Prädikate oder Begriffe? Nun ist es so, dass dieses Stück philosophischer Ästhetik von Kants Interesse überlagert wird, die Kritik der Urteilskraft als das abschließende Stück seiner kritischen Transzendentalfilosophie zu erweisen. Und um das zu erreichen, muss er zumindest die Kritik der ästhetischen Urteilskraft als ein der Kritik der reinen Vernunft möglichst analoges Unternehmen erscheinen lassen. Zum Beispiel muss er nachweisen, dass Urteilskraft neben theoretischer und praktischer Vernunft ein eigenständiges, auf einem besonderen Transzendentalen Prinzip beruhendes Vermögen ist. Sollen die drei Kritiken ein System bilden, muss er nachweisen, dass die beiden Formen von Vernunft durch die Urteilskraft zu einer Einheit verknüpft werden. Und er muss zeigen, dass zumindest die sogenannten reinen ästhetischen Urteile, die in der Analytik des Schönen untersucht worden sind, sogenannte, er sagt es wirklich so, synthetische Urteile a priori sind, damit ihre kritische Untersuchung, wie er schreibt, unter das allgemeine Problem der Transzendentalfilosophie, wie sind synthetische Urteile a priori möglich, falle. Und er muss zeigen, dass diese Urteile mit dem transzendentalen Prinzip der Urteilskraft gewissermaßen eine eigene Kategorie besitzen und daher einer Deduktion bedürfen. Und schließlich wäre eine Kant'sche Kritik keine Kant'sche Kritik ohne eine Dialektik, sodass Kant zeigen muss, wie sich die ästhetische Urteilskraft in einen dialektischen Widerspruch verwickelt, aus dem ihr der Transzendentalfilosophie heraushelfen muss. Um dieses seines strategischen Interesses willen hat Kant einen ganz erheblichen argumentativen Aufwand betrieben, vor allen Dingen in der Einleitung, aber auch in vielen Teilen des Buches selbst, die das Stück philosophischer Ästhetik meines Erachtens eher verdunkelt als erhellen. Das nachzuweisen würde hier allerdings zu weit führen. Ich habe es versucht in einem jüngst erschienenen Buch, können Sie gerne nachher einen Blick hineinwerfen. Es würde es hier zu weit führen, aber, jetzt kommt es, es ist auch nicht nötig, denn etwas anderes ist für unseren Zusammenhang viel wichtiger. Wirkungsgeschichtlich hat Kant Erfolg gehabt. Kants Behauptung, dass seine drei Kritiken ein vollständiges System bilden, wurde und wird anerkannt. Die These ist tausendmal wiederholt worden. Und mit der These, dass die drei Kritiken ein System bilden, war mitgegeben, dass die Fragen, was das Schöne, was das Erhabene und was die schöne Kunst sein, ein Teil der Philosophie sind. Nun war, wie wir gesehen haben, das Wort Ästhetik etabliert und stand zur Verfügung. Kant hat einigen der Themen, die unter diesem Titel verhandelt wurden, mit seiner Systemthese einen systematischen Platz verschafft. Und so kam die Ästhetik in die Philosophie oder die Philosophie zur Ästhetik. Die Kant-nachfolgende Philosophengeneration hat diesen Zusammenhang fraglos akzeptiert und in ihren Systementwürfen berücksichtigt. Jedenfalls ist ab der Jahrhundertwende Ästhetik oder Philosophie der Kunst ein weit verbreitetes Thema. Entsprechende Vorlesungen mit später folgenden Publikationen haben gehalten Schelling 1802, Solga 1819 und Hegel in den 1820er Jahren mehrfach. In Schopenhauers 1818 erschienenem Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung ist ein Kapitel über die Kunst enthalten, das er dann in der zweiten, späteren Auflage noch sehr erweitert hat. Im Laufe des 19. Jahrhunderts erscheinen dann diverse Ästhetiken, zum Beispiel von Friedrich Theodor Fischer, Karl Rosenkranz, Robert Zimmermann, Hermann Lotze, Heinrich von Stein. Parallel dazu erscheinen auch bereits Geschichten der Ästhetik. Kurzum seit dem 19. Jahrhundert ist die Ästhetik ein vollkommen selbstverständlicher Teil der Philosophie. Das bedeutet natürlich gar nicht, dass Einigkeit darüber besteht oder bestand, was Ästhetik zur philosophischen Ästhetik macht. In dieser Hinsicht ist die Ästhetik natürlich so wandelbar wie die Philosophie selbst, deren Begriff gerade seit dem 18. Jahrhundert sich stark gewandelt hat und auch heutzutage so vielschichtig und facettenreich ist, wie es die mehrbändigen Enzyklopädien und dickleibigen Lexika und Kompendien der Philosophie ausweisen. Was nachzuweisen viel zu weit führen würde. Meine Frage war, hat Kant die philosophische Ästhetik begründet? Ich habe zu zeigen versucht, dass Kant in der Tat ein Stück philosophische Ästhetik geliefert hat, dass ihm aber der ganz große Ehrentitel eher durch einen wirkungsgeschichtlichen Zufall zuteil geworden ist. So, nun will ich hoffen, dass es so funktioniert. Genau, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich hätte eine Frage bezüglich Ihres Philosophiebegriffes im Lichte dessen Sie dann sagen, dass Kant erfolgreich, teilweise zumindest erfolgreich, eine philosophische Ästhetik geliefert hat. Und zwar könnte man die Sequenz Baumgarten-Hume-Kant so darstellen, dass Baumgarten versucht, objektiv allgemeingültige Regeln zu definieren und über die philosophische Reflexion zu ermöglichen, zu beweisen, dass die Einhaltung bestimmter Regeln zu objektiv notwendigen Urteilen über das objektiv Schöne führen sollen. Was Hume dann radikal in Frage stellt, weil er auf die Subjektivität fokussiert, sich auf den subjektiven Geschmack beruft grundsätzlich und damit dann keine Objektivität mehr im Urteil eigentlich strengerweise zulässt. Also hatten Sie ja nicht ausgeführt. Das ist eine Verständnisfrage, wie Sie Hume dann deuten mit seiner Lösung. Die Personen mit besonders gutem Geschmack sind dann autoritär und so weiter, was ja letzten Endes in gewisser Weise auch eine Subjektivierung ist. Und Kant dann aber versucht, der Objektivität, die im Urteil mitschwingt, wenigstens dadurch gerecht zu werden, dass die Objektivität nominal zu begreifen sei im ästhetischen Urteil, was aber keinen Inhalt hat, worauf man sich deshalb nicht im Sinne von Baumgarten vielleicht dann auf strenge, klare Regeln einigen kann, aber trotzdem mehr Objektivität zulässt als Hume. Und meine Frage an Sie wäre dann, wenn Sie sagen, Kant ist am erfolgreichsten philosophisch, weil er es schafft, die Subjektivität und die Objektivität irgendwie gemeinsam im ästhetischen Urteil oder im Urteil über das Schöne zu artikulieren. Vielen Dank. Gut, also das ist ein ganzes Paket. Sie fragen mich nach meinem Philosophiebegriff. Dazu habe ich gar nichts gesagt und werde ich jetzt auch nicht tun und sage höchstens dieses, also was es mit der Philosophie auf sich hat. Okay, wenn wir jetzt eine Umfrage hier machen würden, würden wir, ich weiß nicht, wie viele wir es sind, also wahrscheinlich mindestens 30 verschiedene Auskünfte bekommen. Also dazu sage ich nichts. Das andere, es wundert mich jetzt ein bisschen, ich meine, also ich möchte jetzt zwei Sachen dazu sagen. Im Prinzip referieren Sie eine ganz klassische Auffassung dieser drei Figuren. Baumgarten, das ist der große Objektivist. Subjektivist, Juhm, das ist der große Subjektivist und der Kant versucht irgendwie dazwischen zu vermitteln. Und an dieser Auffassung, die zieht sich durch, auch durch die Geschichten der Philosophie und Geschichten der Ästhetik. Das ist klar und das ist bekannt. Und ich muss auch sagen, auch da würde ich sagen, Kant ist nicht ganz unschuldig. An genau dieser Betrachtungsweise, das habe ich nicht ausgeführt, denn es gibt in der Kritik der Urteilskraft in späteren Teilen tatsächlich dies, dass er sagt, und da ist der Rationalism und da ist der Empirism und ich bin das Weltkind in der Mitte. Was ich jetzt versucht habe, also erstens würde ich sagen, das stimmt einfach alles, wenn man genauer hinguckt, so gar nicht. Was Kant an Baumgarten oder der Baumgart-Meyerschen Ästhetik einfach ablehnt, ist und sagt, die arbeiten mit dem Begriff der Vollkommenheit und der funktioniert gar nicht in meinem Zusammenhang, denn da brauche ich Gegenstandsbegriffe, ich kann von Vollkommenheit nur reden, wenn ich weiß, um welchen Typ von Gegenstand es geht und so weiter und ich zeige euch ja gerade, dass das mit der Schönheit nichts zu tun hat. Deswegen lehnt er das ab. Was es sich jetzt, also nageln Sie mich jetzt bitte nicht direkt auf Baumgarten-Meyer fest, es ist fürchterlich, also ich möchte denjenigen sehen, den habe ich nicht gesehen und in der Literatur finde ich den auch nicht, der das wirklich auf wenigen Sätzen und wenigen Seiten klar und deutlich zusammenfassen kann, was Baumgarten da in diesem dicken Buch zusammen mit der frühen Schrift gemacht hat. Es ist ganz charakteristisch, meiner Ansicht nach, wenn Sie hineinschauen, ich will das gar nicht niedermachen, in die Einleitung zu einer Teilübersetzung von Baumgartens, das heißt, glaube ich, theoretische Ästhetik, das ist ein Buch, ein kleines Büchlein in der Philosophischen Bibliothek und in der Einleitung bedauert der Herausgeber und Übersetzer von Baumgarten, dass Baumgarten nie richtig gelesen worden sei und seine Gedanken eigentlich bis heute auch noch unbekannt sind. Und dann suchen Sie aber selber in dieser Einleitung, was ist denn nun die Pferde? Und Sie finden sie nicht, pardon, Sie finden sie wirklich nicht. Es ist, also, und es scheint mir kein Zufall zu sein, denn es ist, glaube ich, wirklich so, dass man Baumgarten nur gerecht wird, wenn man ein bisschen Luft aus diesem Reifen rauslässt, was das Philosoph, das habe ich ja anzudeuten versucht, philosophisch im 18. Jahrhundert heißt nur wissenschaftlich. Okay, und was heißt wissenschaftlich für Baumgarten und die rationalistischen Philosophen? Heißt, was immer ich untersuche, in Klammer gesagt, die haben sich sehr wohl mit empirischen Geschichten natürlich befasst. Die haben natürlich versucht zu erfassen, was geht vor, wenn wir wahrnehmen und dies und jenes. Aber Sie sind erst dann zufrieden gewesen, wenn Sie, übrigens, das steckt in diesem kantischen, meiner Ansicht nach ironischen, trefflichen Analyst. Das musste alles analysiert werden, in Bestandteile zerlegt werden und dann umgekehrt wieder aufgebaut werden. Grundbegriffe definieren, dann Axiome aufstellen, Beweise und so weiter. Allein diese Form ist das, was die Wissenschaftlichkeit ausmacht. Es sagt über den Inhalt gar nichts. Ich sage das wirklich so dezidiert. Es sagt über den Inhalt gar nichts. Und wenn Sie inhaltlich hingucken, dann muss man, es ist dieser Einwand sogar Baumgarten schon zu seiner Zeit gemacht worden, dass gesagt worden ist, Mensch, das ist doch gar nichts Neues. Das ist doch Rhetorik. Und zwar, wenn Sie sich klar machen, was der Unterschied zwischen Poetik und Rhetorik ist, nicht so scharf zu nehmen. Wenn Sie sich klar machen, was Rhetorik seit Aristoteles ist, so ist es immer verwoben mit Psychologie. Immer ist die Frage, was wirkt wie und was ist in welchem Zusammenhang, Redezusammenhang angemessen und richtig usw. Da ist, sorry, da ist gar nichts Neues, nur die Idee ist, ja, jetzt gebe ich der ganzen Sache den Regelpoetiken noch irgendwie ein wissenschaftliches Fundament. Und da, wenn es Ihnen Spaß macht, machen Sie die Probe aufs Exempel. Er sagt ja, in dem, was ich zitiert habe, aus der früheren Schrift, und die Psychologie gibt sichere Prinzipien an. Was meint er denn damit? Er meint natürlich nicht Psychologie in unserem Sinn, sondern er meint, wenn Sie in das andere, wahnsinnig weit verbreitete Werk von Baum gucken, die Metaphysik, da gibt es eben ein großes Kapitel, die Psychologia Empirica, und da werden die oberen, und da werden die unteren Erkenntnisvermögen, und da wird das alles herum auseinanderdividiert, und dann gibt es die Psychologia Rationalis, da geht es eigentlich immer nur um die Natur der Seele, ist sie unsterblich, und warum und wieso, das ist das, wovon er glaubte, das nehme ich hier, das ist die Basis um, und dann ist es ja irgendwie rührend, das ist in der Ästhetika dann auch nochmal, und das nützt ja dann den Dichtern. Wie? Und so, ich finde da hat der Herr da ja vollkommen recht, wie soll Ihnen das denn nützen? Und wenn Sie noch weiter in die Ästhetika hineinschauen, auch das finde ich interessant, sind die erläuternden Beispiele, also, gut, ich habe es nicht alles so genau gelesen, aber zum allergrößten Teil einfach alle aus der Literatur, alle aus der Dichtung. Die Belege stammen alle aus der Dichtung, und da sieht man also diesen Zusammenhang ganz eng, und dann wird viel daraus gemacht in der Baumgartenliteratur, dass er den Felix Ästhetikus erfunden hat, den man nicht übersetzen kann mit Ästhetiker, sondern es ist, wir müssten so etwas sagen wie ein Ästhet, der von der Natur begünstigt ist, dass er über große Sensibilität und Bildung und so weiter ist, dann plötzlich haben wir ja ein Bildungsideal da drin. Das ist der Felix Ästhetikus. Ist ja in Ordnung, ist ja gut. Mein Punkt ist nur, das ergibt doch wirklich überhaupt keine Grundlage, aus diesem Buch oder beiden Büchern und damit aus Baumgarten irgendetwas Besonderes zu machen, auch nicht, und das wollte ich doch angedeutet haben, ihn überhaupt aus der Zeit heraus zu heben. Meinetwegen mit diesem rationalistischen Wissenschaftsideal. Wenn, dann ist das das Einzige. Und das ist eben auch kritisiert worden. Da haben auch andere Leute gesagt, was nützt mir denn das, da habe ich doch gar nichts davon, wenn ich diesen Beweiskram lese. Okay, das ist das. Und dann, sorry, auch mit Juhm, das ist doch auch ein Abziehbild. Ich meine, lesen Sie diese Abhandlung, die mag einem am Ende nicht gefallen, was da rauskommt. Vielleicht ist es sogar zirkulär, was am Ende rauskommt. Aber man kann doch jetzt nicht einfach sagen, ja Juhm, das ist der Subjektivist. Denn ich meine, er sagt doch, ich formuliere eine Grundregel, nach der sich entscheiden lässt, ob wer recht oder wer nicht recht hat. Bei Divergenzen, okay, da geht es nur, in Wahrheit geht es nur um Schönheiten der Kunst oder eigentlich nur der Dichtung. Wie gesagt, das mag ja daneben gegangen sein. Aber es ist doch vollkommen klar, dass wir hier eben nicht den, da muss man Juhm halt ein bisschen genauer lesen, sagen, es gibt gerade in dieser Abhandlung über den Geschmack eine sehr wichtige Passage, wo er sagt, ja, es gibt eine Form von Philosophie. Da ist das Unternehmen sozusagen eine Entscheidung, ein Entscheidungsverfahren, eine Entscheidungsregel für Geschmacksdivergenzen zu formulieren, aussichtslos. Und jetzt kommt es, das ist die skeptische Philosophie. Ja, guten Tag. Also Juhm ist immer der große Skeptiker in jeder Beziehung und so weiter. Also, ich kenne das alles. Das ist das Muster der Interpretation. Und wie gesagt, der gute Kant ist eben dazwischen, indem er irgendwie beides vermittelt. Und wie gesagt, ich glaube, es ist nicht richtig. Es ist, glaube ich, wirklich nicht richtig. Kant ist, man könnte sogar sagen, in dem, also ich bin ziemlich sicher, dass Kant wirklich auch dieses Stichwort Vernunft, Vernunft, dass in der deutschen Übersetzung, im englischen Text, er konnte kein Englisch, kannte er nicht, dass wirklich dieses Stichwort Vernunft, das hinter beiden Sätzen steht, da denke ich, okay, das kann irgendwie so nicht stehen bleiben. Da muss ich was sagen. Und alles das, was er dann versucht, oder wo er landet, ist das, was ich gezeigt habe, mit diesen drei Sätzen. Wir müssen erstens Bereiche unterscheiden, wir müssen sagen, ja, okay, es gibt Geschmacksfragen, da gibt es nichts zu streiten. Wenn Sie den Württemberger Roten mögen und ich mag den badischen Weißwein lieber, okay, so, fertig, da gibt es nichts zu streiten. Das sind die Geschmacksfragen, wo jeder seinen eigenen Kopf hat. Das ist, wo man nicht streiten kann. Okay, und mit diesem kleinen Trick, semantischen Trick, wobei in Klammern gesagt, ich auch noch ziemlich sicher bin, dass Kant just durch die deutsche Übersetzung des jubischen Textes auf diese Pointe überhaupt gekommen ist. Denn der deutsche Übersetzer hätte für das englische Dispute genauso streiten schreiben können, hat aber nicht. Hat Disputieren geschrieben. Und da springt der Kant drauf an und sagt, das ist doch klasse. Jetzt habe ich zwei Wörter und jetzt muss ich nur den semantischen Unterschied angeben, dann bin ich raus aus der Bredouille. Dann kann ich angeben, was hier Sache ist. Gibt es noch Fragen? Herr Luckner. Achso, Entschuldigung. Ich hatte zwei Fragen. Die eine haben Sie jetzt schon beantwortet. Das war eine systematische Frage, nämlich der Abgrenzung der baumgartischen Ästhetik zur Rhetorik. Und ich hatte eben den Eindruck, das lässt sich gar nicht irgendwie abgrenzen. Das lässt sich gar nicht. Sie hatten es ja nachvollzogen. Er hat es ja selber abgegrenzt zur Logik einerseits, Poetik andererseits. Aber zur Rhetorik, also haben Sie schon beantwortet. Super. War auch mein Eindruck immer schon an der baumgartischen Ästhetik. Eine andere Sache ist mir jetzt eingefallen, wo Sie über den Wein sprechen. Also, oder ich denke, Jakob Steinbrenner wird die Frage stellen. Dann lasse ich dir das auch. Aber vielleicht verstehen wir uns doch nicht blicken. Naja, also Sie haben ja jetzt gesagt, der badische Weiße gegen den württembergischen Roten. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Das Problem fängt ja da an, wo wir über den württembergischen Roten streiten. Und ob wir da sozusagen sagen, dass Sie hier, das ist auf jeden Fall ein schlechter Wein, da können wir gar nicht sagen. Ja, ja. Also, das wäre ja dann der Punkt, aber das kann ja vielleicht Jakob Steinbrenner noch näher nachfragen. Das andere war noch eine philosophiegeschichtliche Frage, weil Sie am Schluss dann so schön sagten, eigentlich wäre das ja, dass die Ästhetik dann im 19. Jahrhundert oder Anfang des 19. Jahrhunderts dann so groß geworden ist und so eine Disziplin der Philosophie, das lädt ja eigentlich an dem Zufall, dass eben der Kant gesagt hätte, die drei Kritiken würden ein System bilden und so rutscht sozusagen die Kunst auf einmal oder ja, auf einmal als philosophisches Forschungsgebiet dann in die Systeme. Was wäre denn gewesen, wenn das nicht passiert wäre? Gäbe es dann heute keine Philosophie der Kunst? Oder wie ist das? Also was sind denn da die Gründe dafür? Also es kann ja nicht sein, dass es nur deswegen ist, weil der Kant gewissermaßen das zum System? Nee, also dazu habe ich natürlich gar nichts gesagt. Also ich meine, da müsste man natürlich viel mehr ins Detail gehen. Das sind auch Teile, die der Kürze zum Opfer gefallen sind. Ich sage noch eins, also ich hatte das noch ausführlicher gemacht, wie das da so um 1800 passiert und ich habe eine wichtige Figur weggelassen. Das ist Schiller. Schiller hat einen wahnsinnigen Einfluss gehabt, gerade auch auf diese jungen Kant-Nachfolger-Philosophengeneration. Und Schiller hat übrigens seine erste akademische Lehrveranstaltung, als er da zum Professor gemacht worden ist, über die Kritik der Urteilskraft gehalten. Er hat die gelesen. Sie können nach Marbach fahren, da gibt es das Ante Exemplar noch und da können Sie noch sehen, wo er Notabene-Zeichen und so weiter dran gemacht hat. Und jetzt, wieso ist das so wichtig? Also ich meine, an sich ist der Schiller ein glühender Kantianer gewesen, insbesondere was die Moraltheorie anlangt, hat aber, auch das Wissen Sie, dem Kant irgendwie übel genommen, dass, wie soll ich sagen, diese anthropologische Spaltung in Vernunftwesen und Sinnenwesen und das führt dann eben zu diesen fürchterlichen Dingen wie dem unaufhebbaren Gegensatz von Pflicht und Neigung und so weiter. Da hat sich der Schiller furchtbar dran gestört und eben auch schon in der 1793, glaube ich, erschienenen Abhandlung über Anmut und Würde und das ist jetzt wichtig. Da versucht er, es muss doch eine Vermittlung geben, es muss doch irgendwie etwas dazwischen geben. Naja, und was ist das? Es ist die schöne Seele. Okay, da kommt die Schönheit plötzlich herein und wahrscheinlich noch viel wichtiger sind dann die Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen, weil Schiller dann der ganzen Sache auch einen anthropologischen Dreh gibt und sagt, der Mensch ist nicht dieses duale Wesen, sondern er ist mindestens ein dreitriebiges Wesen. Da gibt es den Formtrieb und den Stofftrieb und es gibt etwas Vermittelndes, Entschuldigung, den, jetzt habe ich es glaube ich falsch gesagt, den Spieltrieb, Entschuldigung, ja, das Vermitteln ist der Spieltrieb und da wird eben auch ein anthropologisches Ideal formuliert. Der Spieltrieb ist dasjenige, ist erstens die Quelle der Schönheit, es ist eigentlich sozusagen das, was hinter all den großen, genialen Produktionen steht und das vermittelt irgendwie zwischen Form und Stoff und ich meine, da haben sie es dann nun ganz deutlich, dass die Kunst dazu dient, die ästhetische Erziehung des Menschen hat das Ziel, okay, Hintergrund, auch noch Katastrophe der französischen Revolution, also auf diesem Weg eben erst jenen Menschen hervorzubringen, der bei seiner inneren Differenziertheit doch eine harmonische Einheit ist, also das ist ein ganz sicher, ganz wichtiges Vermittlungsstück. So, dann haben sie aber gefragt, wenn das alles nicht passiert wäre, jetzt könnte ich mich natürlich darauf zurückziehen und sagen, ja, was gewesen wäre, wenn, das weiß ich nicht, aber natürlich wäre es durchaus möglich. Es hat ja, also warum sollte es nicht möglich gewesen sein, dass der Strang von Kunstliteratur, habe ich das ja genannt, ja natürlich einfach weitergegangen wäre, sich entwickelt hätte, also die bis zu den sich entwickelnden Kunstwissenschaften und so weiter und das im Zuge dieser Untersuchungen hätte es durchaus, meiner Ansicht nach, dazu kommen können, zu einer generalisierenden Fragestellung, was ist denn da eigentlich, wenn wir, okay, über Qualitäten reden und uns streiten und eben sagen, naja, also, wenn Sie jetzt den Trollinger lieber mögen und ich, fragen Sie mich was, welchen anderen Württemberger weint, es am Ende nicht sinnvoll ist, dass wir darüber streiten. Also, Darf ich kurz sagen, Reino? Bin unbedingt gleich gut. Naja, also, das war ja eigentlich die Antwort, also, was Sie mit Schiller gesagt haben, das hat mich jetzt, hat mir das auch wieder mein Weltbild in Ordnung gebracht. Also, an sich bin ich großer Fan auch von solchen fiktiven Philosophiegeschichten. Also, da kann man auch einiges... warum nicht, klar. Ja, aber insofern Schiller ja nun gerade als Kant-Kritiker in dieser Sache auftritt, könnte man doch genauso gut sagen und das wäre sozusagen mein Bild auch davon von der Philosophiegeschichte in der Zeit, dass die philosophische Ästhetik sich ja eben gerade ausbildet in der Auseinandersetzung und auch Abgrenzung von dem, was Kant sozusagen reduktiv da vorgenommen hat. Vollkommen, vollkommen d'accord. Ich wollte ja nicht behaupten, jetzt sind Sie plötzlich alle, was die Ästhetik anlangt, Kantianer gewesen. Überhaupt gar nicht. Also, ich glaube nur wirklich, dass es diese, also, dass man akzeptiert hat, diesen System genannt, hat der Kant gezeigt und dann ist das Paket mit drin. Das heißt natürlich überhaupt nicht, dass man das alles richtig findet und es, also, auch Leute, die sich dann eben sehr mit der, mit der Kunst philosophisch, je nachdem, was Sie unter Philosophie verstanden haben, auseinandergesetzt haben, haben auch Kant-Kritik geübt. Also, schon Schopenhauer findet ja den Begriff des Geschmacksurteils, also, absolut grauenvoll und, na gut, ich meine, so würden wir auch nicht mehr reden, das ist halt ein Erbstück 18. Jahrhundert, aber um Anfang 19. Jahrhundert konnte sich jemand daran noch sehr stören und das haben Sie nebenbei noch bei Adorno, das Geschmäcklerische, das, also, das, ja, das gar nicht. Okay, gut. Vielen Dank. Gut, ähm, ja, dann, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also, wir gehen danach noch rüber zu den Italienern, Wer da sich dazusetzen will, ist gerne eingeladen, das habe ich das letzte Mal vergessen. Dann, ähm, mit dem Trollinger und dem, mit dem Württemberger Rot und dem Badischen Weiß. Das ist ein, das ist kein guter Vergleich, glaube ich, so wie wenn ich vergleiche, ähm, ähm, ein Bild von Robert Reimann oder irgendein, also ganz modern, also relativ modern abfakteten Maler aus den 60er Jahren und das vergleichen wir jetzt mit einer Opera Puffa oder wie heißen die genau oder wie heißen die so italienisch? Ja? Ja. Und dann, was ist da besser? Und dann würde ich sagen, das geht natürlich gar nicht. Genau. Und so würde ich sagen, das Gleiche trifft auch auf Ihr Weinbeispiel zu, ja? Ich kann das nicht vergleichen. Was ich vergleichen kann, meine Kollegen haben immer Primitivo trinken, die da drüben immer, das ist so ein roter. Und ich kann schön Montepulciano damit vergleichen. Und dann kann ich sagen, wer Primitivo ist, wie der Name schon sagt, Primitiv, der Montepulciano ist gut. Was ich, worauf ich hinaus will? Ich denke mir, diese Beispiele des Unterschieds, diese reinen Geschmackurteile, ja? Ja? Auch im kantschen Sinne, wobei man sich nicht streiten kann, ja? Gegenüber den Kunsturteilen, ich glaube, das kommt darauf an, wie eng wir die fassen. Ja? Ich glaube, wir können sehr wohl zwischen einem Primitivo und einem Montepulciano uns streiten, aber nicht zwischen, ja? Also, okay, meinetwegen. Also, naja, ich finde da was Richtiges dran, dann sind wir eben aber natürlich, genau, in Wahrheit sind wir jetzt mitten in dem, was ich sagen würde, philosophische Ästhetik ist, weil wir nämlich jetzt sehen oder uns klar machen müssen, dass vielleicht eine zu grobschlechtige Unterscheidung bei Kant zweifellos vorhanden ist, denn da sind es diese sinnige Geschmacksurteile, die ja sagt, darüber kann man nicht streiten. Es gibt eine Einschränkung bei Kant, die nämlich doch die Sache etwas relativiert. Also, er weiß, er sagt ganz klar, es kann durchaus sein, es ist sehr wohl möglich, dass ich über den Geschmack anderer Leute, auch wenn es um solche Weingeschichten geht, bei ihm ist es irgendein Sekt, ist das Beispiel, ich kann sagen, ja, ich weiß, dass ich sage, ich tische den auf und sage, ich weiß, der wird euch schmecken. Und zwar einfach auf der Grundlage, dass ich meine eingeladenen Gäste einfach sehr gut kenne, ihren Geschmack sehr gut kenne. Und das ist durchaus eine erweiterbare Basis, sodass diese Kennerschaft sich meinetwegen über bestimmte Sekte sehr gut unterhalten kann, da auch in der Lage ist, ich mache eine Klammer, ist jetzt ein bisschen blöd, ich meine, es ist ein bisschen blöd, ich finde ja immer fantastisch und ich hoffe, es müsste ein DFG-Projekt dazu geben, die Semantik der Weinbeschreibung. Weinbeschreibung, ja, also die Weinbeschreibungssprache. Es ist ja auch toll, was die da zustande bringen, was, gebe ich gerne zu, ziemlich weit über meine Differenzierungsmöglichkeiten hinausgeht. Aber ich muss anerkennen, dass es eine Community gibt von wirklich vielleicht Weinkennern, wahnsinnig vielen Weinkennern, die in dieser für sie verständlichen Sprache, also mit diesen Prädikaten sehr gut umgehen können. Also ich will damit andeuten, bei Kant gibt es durchaus so etwas, nur, würde er sagen, ich kenne sie jetzt nicht, aber würde ich sie kennen und würde das und das kredenzen und würde sagen, ich weiß doch, das schmeckt Ihnen und einer von Ihnen sagt, nee, also tut mir leid, dann ist es trotzdem Schluss. Verstehen Sie, dann hat es keinen Sinn, weiter mit ihm zu diskutieren. Das diskutieren wir jetzt beim Wein, glaube ich. Okay. Ich durfte Sie am Anfang nicht loben, aber ich fand Ihren Vortrag wunderschön und hat extrem viel Spaß gemacht und ich hoffe, den anderen geht es auch und nächste Woche findet es nicht statt und übernächste Woche haben wir das seltene Glück, dass der Redner schon da ist und er wird vielleicht zwei Worte dazu sagen, dass ihr euch was vorstellen könnt und was es geht bei einem Vortrag, weil der ist ein bisschen kryptisch vom Titel, habe ich gehört. Ja, ich werde aber jetzt den Teufel tun und den kryptischen Titel erklären, also das werde ich nicht tun, das soll ja gerade der Teaser sein. Es wird ganz spannend und nur allen zu raten, dass sie auf jeden Fall kommen, um dem Andreas und seinen kryptischen Titel anzuhören. Also vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Kulkan. Vielen Dank, Herr Kulkan.